Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit der Eingabe von Unicode Zeichen unter Word. Wir sehen hier einige Zeichen, die ich auf diese Weise eingegeben habe. Man muss dafür die entsprechenden Unicode Zeichen eingeben, entweder über den Nummernblock. Manche Anleitungen behaupten, dass das darüber geschehen muss. Bei mir hat allerdings beides funktioniert, was auch keine Überraschung ist, denn manche Unicode Zeichen enthalten nicht nur Ziffern, sondern auch Buchstaben. Hat man das einmal eingegeben, so drückt man anschließend einfach alt und c und das entsprechende Zeichen erscheint. Ein Problem liegt sicherlich darin, den passenden Unicode zu finden. Ich habe hier bei Wikipedia mathematische Operatoren gefunden, zum Beispiel hier dieses Zeichen for all und ich finde hier den entsprechenden Unicode. Der Unicode lautet also 2200. Ein weiteres Verfahren, um Sonderzeichen zu finden bzw. den entsprechenden Unicode liegt darin, dass man in Word unter Einfügen, Einfügen, Symbole, Weitere Symbole dieses Menü eröffnet. Man kann hier nach sehr vielen Kriterien nun Symbole heraussuchen und natürlich das entsprechende Symbol über Einfügen einfügen. Man kann sich aber auch den entsprechenden Unicode möglicherweise auch für spätere Wiederverwendung merken. Ich gebe jetzt einmal das gleiche Zeichen ein, unter Verwendung des Unicodes, 1F26, 1F26 und ich drücke jetzt die Alt und dann die C-Taste. Allerdings sollte ich die Alt-Taste nicht allzu lange drücken, ohne dann auf C zu drücken, denn dann wird hier oben ein Menü eröffnet. Das möchte ich ja nicht. Alt C und das Zeichen ist angekommen. Ein weiteres Problem, das nun auftreten kann, liegt möglicherweise darin, dass die falsche Schriftart eingestellt ist. Wir sehen hier, indem ich die Schriftart ändere, dass durchaus verschiedene Zeichen auftauchen. Bewährt hat sich hier Sergio UI Symbol. Damit findet man in aller Regel genau das Zeichen, das dem entsprechenden Unicode in den Tabellen zugeordnet ist. Ja, das war es auch schon zu diesem Thema. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.